Expo 01 Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In genau zwei Jahren wird die Expo 01 eröffnet. Eine Ausstellung mit grosser Ausstrahlung, wo der Besucherinnen und Besucher als gemeinsames Erlebnis wird in Erinnerung bleiben. Die Expo 01 wird in zwei Sprachregionen, an drei Seen und in vier Städten durchgeführt. Die verschiedenen Ausstellungsgelände, die sogenannten Erdenplagen, liegen jeweils direkt am See. Jede Erdenplage ist einem bestimmten Thema gewidmet. In der Industriestadt Biel geht es um Macht und Freiheit. Ein Rundgang führt uns durch ein riesiges Floss bis hoch zum durchsichtigen Dach und drei antennenartigen Türme. Augenblick und Ewigkeit kann man in Murta erleben. Eine Vielfalt von luftigen Bauten, Sonnenspiegeln, Projektionen und mystischen Feuern auf dem Wasser schaffen dort eine zauberhafte Stimmung. Die künstliche Natur entsteht in Neuchâtel. Wie Ufos schweben diese einförmigen Dächer über dem Ausstellungspark und der Insel. Und ein künstliches Halmenfeld verwandelt das Expo-Gelände in eine leuchtende Skulptur. Dich und das Universum heisst die vierte Achterplage im Iverdonet-Bain. Auf einer Reise ins Reich von Sinn mit farbigen Akzenten, überraschenden Bildern und betörenden Düften kann der Besucher seine Gefühls- und Gedankenwelt neu entdecken. Coop unterstützt als offizieller Partner die Expo 01 und beteiligt sich an der Realisation dieser einmaligen Ausstellung. Vor allem unser Programm Coop Naturaplan, Coop NaturaLine, Coop Ökoplan und Cooperation decken sich schon heute mit den Werten und Zielen der Expo 01. Coop wird sich innenliebe Zuschauerinnen und Zuschauer dort neu, attraktiv und spannend präsentieren. Unter anderem mit einem faszinierenden Ausstellungsprojekt, einem 15 Meter hohen Pudding. Er heisst MANNA, handelt vom Essen und Trinken und zeigt uns auf lustvolle, spielerische Art, was unsere Ernährung heute und morgen beeinflussen wird. Vor drei Wochen haben wir verschiedene Vorbereitungen getroffen zum Anlegen von einem wohnlichen Garten mit dem entsprechenden Zubehör aus unserem Bau- und Hobbymarkt. Jetzt steht der Gartenhag, Bodenplatte und Terrasen sind verleiht und auch das Gartenschmühne ist fest installiert. Noch sieht alles ein wenig blut und leer aus, aber nur so lange, bis sie dichte Hecken und ein paar passende Sträucher für genügend Sichtschutz, Schatten und Begrünung sorgen. Geeignete Pflanzen wie Thuja, Taxus, Kirschlorbeer oder Buxus finden Sie zurzeit in unseren Bau- und Hobbymärkten. Und auch da geht es natürlich leichter, wenn der hilfsbereite Nachbar wieder mitmacht. Höchste Zeit ist es jetzt auch für das Anlegen eines Rosen- oder Studenbeets. Mit dem Öko-Plan-Dünger trieben die Pflanzen schneller aus und eine dünne Schicht Abdeckmaterial verhindert das Austrocknen vom frisch bepflanzten Boden. Bis das alles angewachsen ist und blüht, bringen die bepflanzte Kisten, Steintröge und die wunderschönen glasierten Steizüggefässe vorläufig Farbe in den Garten. Auch verspielte Figuren aus Terragotta sorgen für Stimmung und setzen da und dort einen fröhlichen Akzent. Was das Einrichten des Gartens betrifft, sind Sie in unseren Bau- und Hobbymärkten an der richtigen Adresse. Mit den schönen Tagen kommt auch der Wunsch nach einem bequemen Platz an der Sonne. Zum draussen Essen, Sönnen oder zum Abschalten und Entspannen finden Sie eine riesen Auswahl an Gartentischen bei bequemen Sitzgelegenheiten und Liegen. Alles robust aus wetterfestem Material und in trendigen Essens. Morgen ist ja endlich wieder ein Viertag und am Anzünden des RBS Gasgrills oder des Weber Holzkohlegrills steht nichts mehr im Weg. Falls das Wetter doch nicht so mitmacht, wie man es sich vorstellt, haben wir ja das Gartenschminnet in unserem Mustergarten aus dem Bau- und Hobbymärkten. Und da wie immer noch ein paar Angebote zum Sparen, die Sie diese Woche nicht verpassen sollten. Dieser hübsche Muttertagsstrauss offeriert Ihnen unsere Blumenabteilung für 15,90 €. Und 3 für 2 Tuben Dentalux aktiv zu anpassen, kommen Sie für 4,40 € über. Mit der Co-Profit-Karte gibt es Jubilor Classico Bohnenkaffee im Duopack zum halben Preis. Sie wissen ja, Co-Profit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. Danke für Ihr Interesse, noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.